10 Chiyang weiter. Mithendorf und Helix. Aha. Okay, gegen... Catch-Web 2. Damit haben die Yin-Yang-Yang-Boys sozusagen das Freiloten. Musik Musik Das war's für heute. Oh Diese Sendung wurde vom NDR live untertitelt Applaus Applaus Passo Applaus 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 Das war's. So, ist vorbei, Jungs. So. Jetzt kam wieder die Jury mal an. Okay, dann würde ich sagen, one, two, three. Eindeutig. Für Catch-22. Okay, dann wären wir jetzt eigentlich schon bei den Halbfinals. Das heißt also, jetzt haben wir noch vier Gruppen und... ... Vielen Dank.